grüß dich heute geht es um kabelkanäle und kabel wie du so ein kabel in kabelkanal rein christ jeder kennt es wenn du jetzt was ich drei vier meter kabelkanal hast und siehst dann das kabel rein und irgendwann blockiert das ganze und wie du das ganz ganz einfach beheben kannst also wie du so ein kabel ganz einfach durch so ein kabelrohr bekommst das zeige ich dir in diesem video jp mein neuer kooperationspartner mode von l bis 8xl einen passenden link zu meinen outfits findet ihr unten in der video beschreibung und das ganze system ist wirklich ganz ganz simpel du brauchst eine kräftige schnur in dem fall jetzt hier eine maura schnur etwas isolierband und etwas styropor und ein staubsauger so die cleveren unter euch wissen wahrscheinlich schon er hat das und das vor richtig ich bröse mir von diesem stück styropor eine kleine kugel die sollte so groß sein dass sie in diesen kabelrohr hinein passt danach schneide ich mir ein stück von der maura schnur ab die maura schnur sollte so lang sein wie das kabelrohr ist und danach und wickel ich die beziehungsweise verknote die maura schnur mit dem kleinen styropor kugelchen am ende sieht das ganze so aus dann brauchen wir unseren staubsauger in dem falle mein lieblings staubsauger den g 5000 von bosch nein kein kleiner scherz nehmen 123 streifen isolierband und befestigen das staubsauger rohr oder den anschluss an das kabelrohr also wir dichten quasi das ganze ab so quasi verlängern wir unser rohr mit dem kabelrohr dann gehen wir am ende von dem kabelrohr schalten den staubsauger ein und wie ihr gesehen habt hat der staubsauger ganz schön power und hat fast die ganze rolle eingezogen und unser trick hat funktioniert jetzt müssen natürlich ziehen bis wir das ende des kabels haben so der kleine styropor kugel hat sich jetzt schon verabschiedet können das ganze ding hier ab machen und wir könnten jetzt das kräftige deswegen sollte eine maura schnur verwenden könnt ihr das ganze umwickeln festknoten gleich mit isolierband noch ein bisschen umwickeln und dann könnt ihr die jetzt das kabel auf die andere seite hindurch ziehen und schon habt ihr das kabel durch so ein kabelrohr geführt wenn ich dir mit diesem video geholfen habe würde ich mich über den handwerker daumen nach oben freuen und ich möchte noch mal liebe grüße an den thomas ausrichten der hat mir über die amazon wunschliste dieses tolle werkzeug zukommen lassen wenn ihr wisst was das ist erstmal kommentar da das habe ich noch nicht und das ist ganz ganz nützlich wenn man beispielsweise bei solchen rohren mehr verrate ich nicht herzlichen dank und wenn du dich jetzt fragst was die amazon wunschliste ist das ist ganz einfach das ist eine liste von mir erstellt wo produkte drin sind die ich dringend brauche um mir die werkstatt die einzurichten wenn ich dir irgendwie geholfen habe mit einem video dann kannst du wenn du möchtest irgendein produkt anklicken in den warenkorb und dann zu mir schicken das tolle daran du bezahlst es ich freue mich beziehungsweise ich habe dir geholfen du hast mir geholfen so ich hoffe dir das ganze gefallen wir sehen uns das nächste mal wieder und ich würde sagen dann geht es um das thema entweder bauen wir die tür ein oder wir werden den boden fließen je nachdem abonniere den kanal bis dahin ich würde sagen dann schicken wir gleich mal wieder das gibt ein paar bitحد uns in die blende fließen ich würde es euch das nehmen das ist ein dieseselste